Ich hock mich kurz ins Auto rein und bin mal schnell pissen, ich muss dringendst. Brawny, ihr nehmt mich dann mit. Bis gleich. Hallo. Cheers, Bärmerei von Sam & Gamma. Oh, alles mies. Jo, wollen wir dann durch? Kommt wer? Wir sind mal durch, Adl. Ne, ne, wir sind mal durch, Adl. Ich weiß gar nicht. Jetzt sind's einfach Jeep umgestiegen. Gar nix gehört. Direkt vor mir sind welche. Wo bist du denn, du? Jo. Natürlich hat er mich erwischt. Ich hab bisher nur ne Tommy Gun mal wieder. Ich hab nur ne Frake. Ich hab ne Ska. Aber von dem her, solang ich... Lass Rea töten. Okay. Auf meiner Ska ist ein vierer Ska. Dann hast recht. Ja. Direkt vor mir sind welche. So. Hä, wo bist du denn, du? Jo. Ja, natürlich hat er mich erwischt. Ich bin safe. Der hat sich jetzt im Bus an. Ich setzte den Feld aber Reifen. Wo sind die denn? Ah, da. In dem Bus. Ja, direkt vor mir. 2.10. 1. 1. 1. 2. 2. Not belobte. 2. 3. 3. Was bin ich denn? Bandages? Irgendwas? Ich hab Bandages von First Aid, Brony. Bandages ist schon mal guter Anfang. Ansonsten überlebe ich's nämlich nicht lang. Hey, wer schießt da jetzt noch? Mal! Hinten. Die sind in 160 weit weg, also auf die, wo sie der Gruppe wegkommt. Dann alle herkommen. Ja, aber ich brauche auch... Achso, ich kann mich da dran halten. Was? Die auf das Netz früh rumfahren, weil ansonsten bin ich nicht. Oh, irgendwer schießt. Ja... So, wir werden's nicht überleben. Ja, Brony muss ich erst guter mitbekommen. Aber ich bin halt kurz vor knapp tot, das ist das Problem. Äh, jetzt kannst du ein bisschen schneller fahren. Ich hau so oft dahin, wie ich kann. Wo sind denn die? Äh, rechts oben irgendwo. Oh ja, da zieht du. Da am Berg, 195. 195. 195. Das ist ganz sicher. Ich fahr einfach mal noch weiter. Ja. Randy, willst du noch abfahren? Ja, gern. Ich loot gerne weiter noch. Brony fährt. Okay. Okay, wir gehen nach Valle-de-Mar. Okay. Ja. Ein fetziger Sick. Also... Er war heiß. Was auch immer. Was? Was? Ich hab Schaden gekriegt. Ja. Was auch immer er gesagt hat, hat sich irgendwie nicht in Deutschland gehört. Ja, bei mir kann quasi nichts an. Ja, bei mir alle fühlen. Ich schau mal, ob ich Sound... Weiß chatten. Nee, ich schau mal nach Max. Nee, es war halt einfach aufgerissen. Nee, bei mir ist das Auto auch zu laut. Also dieser eine random Schuss, der war once out. Ja. Aber irgendwie kippt nix mehr auf. So, ich fahr jetzt einfach mal links runter. Okay, vielleicht nicht kurz so. Das haben wir eigentlich effektiver gestellt, aber... Das ist, wie es ist. So, aber jetzt hört man mich. Yo, perfekt. Ja. Ja. Das ist irgendwie... Irgendwie herziert auch wieder da. Vielleicht hab ich mit meiner Freundin nebenbei geredet. Deswegen war's ein bisschen nice. Ja, passt doch. Ich find der herziert wirklich enorm am low eigentlich. Also... Spielt ihr zusammen seit dem TS oder so? Iy, Discord. Ja. Okay. Also ich hab inzwischen ein Einzelhelm. Nice. Aber uns beschwert, dass keiner zurückgehupt hat. Hab ich. Hab ich. Ja, ja, stimmt. Dann zum Schluss. Ich hab auch einen Fan-Killer. Ich hab auch einen Fan-Killer. Ich hab auch einen Fan-Killer. Ich hab auch eine schöne Rettungs-Aktion. Ja, war super. Ich hab auch einen Fan-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer. Ich hab auch einen Fan-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer. Ich hab auch einen Fan-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer. Das hat er noch viel näher will ich. forever. Ich hab dich schon da. Sitcheinander ohnehin. Ganz oben. triangular scheinlich go-killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killeron-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer-Killer Oh, einer weiter rechts oben, äh, 50, bei dem Baum, bei dem ersten. Ich hab nochmal einen ausgenockt, das dürfte der letzte sein, ja, ist der letzte, ich geh hier ein Stück rüber. Oh, der, der, der Scope, der, der Scope, da, da, war das jetzt, das waren alle. Danke, der hat auch noch einen Scope, der hat noch einen Dreier-Rucksack, aber das, Lebt da noch jemand? Ne, die sind alle tot. Sind's in dem Haus noch welche? Ne, die Steine sind gar nicht verkehrt. Wahrscheinlich sind noch welche, ja, weil, so sollte die da ausgehen, ist eine ideale Position. Bei den Häusern ist einer. Zwischen den Häusern rumgesprungen, ist vom linken zum ganz rechten Haus gesprungen. Okay. Oben am Berg, äh, 40, kommen zwei Leute, sind jetzt in der Zone. Oben rechts läuft nochmal einer. Einer ist tot von denen, einer ist tot von denen. Hä, da hinten war doch gerade noch einer, da ist der hin. Ist ja mindestens der Dritte, also praktisch. Der hat einen Frag hoch. Alter, da komm ich der Frank mal, der schmeckt Direkt über mir muss der sein Der ist direkt neben mir Norden 5 Meter 3,40 von mir ist g'seng Nordwesten Das ist ja praktisch westlich von mir Wir haben eine Korsukeraden auf der Frag warfert, als es mir dies umgebracht hat Hat irgendwer Frag auf mich geworfen? Wir haben eine Korsukeraden auf der Frag warfert, als es mir dies umgebracht hat Die Verhandlung dieser Frag hochgefahren, die ist neben mir auch Die ist aber deutlich kürzer geflogen als ich wollte Die haben ja auf einen Tick vor Tod runtergekaut und der nächste Ticker mitgekriegt Sorry Jetzt kennst du mal Gwinder, das war ja Pro Player Ja Ja, jetzt sind die im Haus noch übrig, oder? Ja Machen wir einfach zu dem Stein da runter, wegen nächster Zone Ich darf mal kurz ne Granate hoch, bin ich Ja Ja Läuft Was hängt Oder? Äh 145 Oben beim Baum, direkt hinter der Kante Ich hab die ganze Zeit Angst, dass auf einmal von oben wer schießt Die ist schnell ab Dann merken wir auf einmal von oben Oben links ganz viele Smokes gekommen. Es reicht von uns, ist frei. Ah, hier genau vor mir, 130 ist einer. Nice! Der fetzige Sieg. Der fetzige. Nice. Jetzt sind wieder. Da, raus. Da, raus. Da, raus. Da, raus. Da, raus. Bis zum nächsten Mal.